Hallo und Herzlich Willkommen zu Nein Red Heute zum ersten Mal Lucky Ways, das ist auch meine allererste Runde, als wenn ich verkacke, nimmt sie nicht so schlimm. Äh Ja und heute auch nicht allein, oder? Ich würde jetzt gerne den Anruf beenden, aber es geht nicht. Warum geht es nicht? Ich bin in keiner Komplett drin. Ihr könnt es wahrscheinlich trotzdem wenden. Nö. Wenn ich nicht in einer Komplett bin, wird mir das auch nicht angezeigt. Hashtag Skype schließen. Schlaumeier. Ja, Hashtag Skype schließen. Ja, als ob ich jetzt Skype schließe und die wertvolle Zeit, wo ich das Jump One möchte, dann wieder nutze, um Skype zu öffnen. Äh, wie schauen eigentlich diese Lucky Kisten aus? Oh scheiße, ich bin ja ganz viele Lucky Kisten vorbeigerannt. Aha, Opfer. Boah, ich dachte, die sind so gelb, dachte ich. Also Leute, guck mal bei meinem lieben Sharebox Kanal vorbei. Ey, ich nehm grad auf, nicht du, oder? Ich weiß. Aber trotzdem sollen sie bei dir vorbeigucken. Aber... Dürfen die das nicht? Ich denk schon. Sie sind schon. Äh, okay. Sagt, ob die wieder kommt, hm? Hm? Ihr kommt wieder, oder Leute? Ihr kommt schon. Ihr könnt mir das nicht antun. Doch, tu das ihm bitte an. Tja, äh, und somit hat er auch seine Chance, in der Beschreibung verlinkt zu werden, gerade verspielt. Ja. Und... Die Beschreibung ist nicht das, was du willst. Das? Ja. Es hört sich hart an. Ich hab's selber keine Ahnung, denn ich mach' ein hartes Schampon. Oh, ich hab' Puffe. Badekart. Ich bin's gut. Hallo. Hallo. Das sieht. Oh, geht du. Sing wie schlechte Audioqualität kann das sein. Ja, man hätte das kaputt. Ich bin... Joachs, ich hab' hier ein, äh, neuer... Ich hab' Puffe weggeschmissen. Ja, ich hab' ein neues Mikrofon, Leute. Und da uns grad der nette Sharky dran erinnert hat, zufälligerweise... Ja. Danke, Sharky, auf jeden Fall. Ja, mach' ich gerne. Geht das? Ja, es geht, toll. Ich hab' ein Bug, das... Lucky's wird ein sehr fein verarbeitetes Schwert. Ja, okay, jetzt ein Diamant-Schwert. Ja, das ist sehr fein verarbeitet. Ich weiß einfach nicht, was hier gut ist und was nicht. Äh, Sugato 3. Das ist ganz schlecht gewesen, oder? Weil das jetzt zum Beispiel... Ja, das wär' mega schlecht. Kommt Sugato 3, ne, oder? Gab's hier überhaupt Sugato 2 schon? Ja. Ja. Ich hab' alle Videos gesehen. Hä? Ich hab' dir jetzt eigentlich gar nicht zugehört. Warst du in Sugato 2? Warst du in Sugato 1? Ja, oder? Ja. Und Sugato 2 gab's schon. Ja, und das war eigentlich mega scheiße. Weil einfach keiner mehr richtig mitgemacht hat. Das hab' ich nicht mehr mitgekriegt. Ja, weil du warst da auch fast nie online. Ich war immer online. Ich hab' nur angezeigt, dass ich nicht online bin. Hä, wo gibt's hier Rüstung? Mö, ja, die musst du durch die Lucky Blocks bekommen. Ich hab' Puffy. Ja. Ja. Oh, Mann. Hex. Okay, da kannst du ja gleich wieder was in den Titel schreiben. Hex. Hä? Ich bin ja nicht glücklich. Sonst würde ich das vielleicht machen. Ja, aber... Mhm. Vorher auf der Aufnahme. Das wird sein. Ja, das bei GOME, wenn du auf GOME hat D. Mega Ausrester. Krieg es geht. Identitätsschriften kommt dann ganz viele Klicks. Das hab' ich so nie ausgedrückt, ja. Äh, weißt du, was du getan hast, du schlau, Maier? Was denn? Äh, du bist in No Teams reingegangen. Ja, wir müssen ja nicht nehmen. Ich hab' keine Ahnung, was es hier gibt. Ich spiele es ja leisten, weil ich wusste nicht, dass es in Teams und No Teams gibt. Junge, was hat dir von einem Schwert? Jemand hat dich getötet, kann das sein? Mhm. Wo ist der Skill? Frag ich jetzt. Äh, immer in anderen Lucky Ways Aufnahmen. Oh. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn es ja einer in der Beschreibung war. Nee, nee, der Link ist eben nicht in der Beschreibung. Die Chance hast du eben vertan. Aber ich kann sie in die Kommentare schreiben, wenn du willst. Mhm, ja. Das wär so eine Option. Oder einen Titel. Äh, ja, die Chance, äh, bei meiner Kanalseite verlinkt zu werden, hast du leider jetzt auch endgültig vertan. Es tut mir auch leid. Ist, also... Es war in den letzten paar Tagen bisschen heiß. Was ist der Popstick? Was ist der Popstick? Ich hab keine Ahnung, was das alles hier ist und der hat... Pupstick. Ja, pupt dich an. Und das macht man damit? Ich habe eingetötet und bin dann gestorben. Ja. Der Pupstick ist scheiße. Oh Gott, nee, der hatte ich besser Rüstung und besser Schwert. Da geh ich mir nicht drauf. Mann. Oh fuck. Wo bist du? Ich hab dich ganze Runde noch überhaupt gar nicht gesehen. Nö, und den verpiss ich... Das bin ich. Hallo. Ja, du hast ein bisschen besser Rüstung. Ciao. Die hat gute Rüstung. Scheiße. Die hab ich voll getötet, weil sie low war. Jetzt bin ich tot. Äh. Unsere KD ist wieder bei null, Leute. Alter. Die Dings hat... Im Moment, die hat... Ja, die hatte ich getötet. Die hat voll die übelste Ranges. Ohne Spaß. Ich brauch halt noch Pop-Schutz. Und wenn ich dann Pop-Schutz hab, dann wird meine Aufnahmequalität gut sein. Junge, die Dings. Oh Gott. Ah. Wieso? Haben die alle so ne fucking... Jetzt geht die auf zwärmisch los. Nee, 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 nee. Ich hab die KontX jetzt so ne krasse... Alter, wie sie abgestaubt! Okay, eigentlich hätte ich abgestaubt, aber sie... Boah. Ich bin tot. Achte mal auf die KontX, wenn du die siehst. Jetzt so ne fucking reichwärter bist du eigentlich. Ah, du bist schon langst tot? Längst nicht. gerade eben hab's auch gesagt du auch schon oder ja das war's mit dieser lucky race aufnahme meine erste aufnahme ist auch was ganz besonderes von Prozent für mich geht auch ruhig tief um gerade ich bin den Tränen nahe dass ich jetzt nicht gewonnen habe aber ich denke wir wissen alle dass der Schalke schulde ist und um bis zum nächsten mal schaffte es wirklich noch kann gar nicht auflegen dass die Scheiße warte was passiert wenn ich dich nur anrufe